Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wie Eil! Tschüss. Chris. Was? Penis. Ja, jetzt geht's los mit dem Cerato hier. Leider auf der V3, weil alles selber leer sind irgendwie. Alles leer ist weg. Ja, wollen wir den Bullen mal testen hier, ne? Ich hoffe, den haben sie noch nicht genervt. Ich hoffe... Irgendwas besteigen. Irgendwas besteigen. Es ist ja bald möglich, Leute. Das ist ekelhaft, Mann. Dann spiele ich das Spiel nicht mehr. Dann den stell ich dann. Der Schwengel wird permanent draußen hängen. Glaub mir. Ich werde dich so penetrieren lassen. Penetriere dich vielleicht. Oh, ich habe kein Wasser gefunden. Du willst nur noch nach Hilfe schreien. So, ja, was gibt's Neues eigentlich? Es ist dunkel und ich weiß nicht, wo ich bin. Letzte Folge, genau. Da wurde ja Chris so bösartig aus unserem Kampf rausgenommen. Aber gewonnen ist gewonnen. Ich höre schon irgendwas. Das darfst du doch nicht spoilern, Alter. Die kommt doch erst noch. Die haben sie doch jetzt schon gesehen, die Folge. Aber die letzte noch nicht. Ja doch, wir nehmen doch jetzt schon auf. Die letzte Folge haben sie schon gesehen. Ja, ja. Du musst ein bisschen in die Zukunft denken. Das ist mir zu anstrengend. Die letzte Folge haben sie gesehen vor ein paar Tagen. So. Ja? Bist du hier? Ja, ja. Dann verwirr dich gerade ein bisschen. Pass auf. Ich sniff jetzt gerade mal. Wo bin ich hier? Ja, ich auch. Ich nicht, nee. Ich lauf. Aber ich höre schon Drecks schreien. Ähm. Ich höre Trompeten. Läuft erstaunlich gut, die V3, muss ich sagen. Gute FPS, ne? Sehr gute sogar. Sehr gute sogar, ja. Oh, ich bin bestimmt gleich tot, ey. Warte, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich kenne mich hier auch nicht mehr aus. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, äh, schrei mal. Vielleicht, äh. Nee. Schau du doch. Nee, da bin ich tot. Ich habe hier ganz böse. Nee, ich auch nicht. Ganz böse Tierchen. Sniffeln ist so cool, ne? Die Animation. Das ist sehr gut. Haben sie echt gut gemacht. Boah, ich habe schon 0,511 Punkte. Und endlich kann der Cerato was, Leute. Endlich kann er was. Es kam ja zwischendurch jetzt kein Patch mehr. Ich glaube, den haben sie nicht genervt. Oh shit, was ist hier los? Der muss ja ein bisschen stärker sein, oder? Also, sonst spielt den halt keiner, wenn der nichts kann. Ich fand das halt immer so schade. Ich finde das ein wunderschönes Tier. Ich fand das halt immer so schade, dass der nichts kann. So, und wenn der jetzt wirklich mal ein bisschen Power hat und den ganzen Dinos gefährlich werden kann. Weil der ist ja so groß wie ein Alu, ne? Ja, ja. Der ist ein großer Kieger. Wenn der mich... Nein. Tschüss, Chris. Ja. Nein. Ich lebe. Er schnüffelt nicht, er schnüffelt nicht. Easy, Alter. Wie ich entkomme, ne? Und das mit dem schnüffeln funktioniert bei den Pflanzenfressern wirklich auch sehr gut. Dann leuchten die Büsche. Ach, die Pflanzis können das auch? Ja, die können das auch. Die können damit die Büsche erschnüffeln. Das habe ich gelesen unter einem Kommentar. Ich kann mit dem Galli schnüffeln. Ich weiß nicht, wieso. Also schnüffeln könnt ihr mit Kuhleute, ne? Cool. Und dann ein bisschen gedrückt halten, aber ich finde jetzt... Oh, die Sonne geht auf. Geht's auf? Ja. Ich hab Spuren, ich hab Spuren. Das sind meine eigenen, glaube ich. Das sind meine eigenen Spuren, die ich erschnüffel. Ich sehe die Spuren leuchten. Ja, ich nicht. Bei mir leuchtet gar nichts. Meine eigenen Spuren leuchten nicht. Nee, hinter mir... Ich Spuren. Aber jetzt ja meine, doch. Musst du länger gedrückt halten, ne? Richtig, richtig. Ich finde die neue Nachtsicht an sich ganz... Wie die Augen leuchten. Das sieht an sich ganz cool aus. So, ich mach die Maus bei mir. Hallo. Ach, ja. Oh, das geht voll klar. Echt? Ich finde die Wälder jetzt hier auf der V3... Sieht ganz cool aus, ne? Vor allem, dass sie so eine fette Performance hat. Aber welche Map kommt denn jetzt? Die V3 oder die neue? Nee, er hat nochmal eine ganz neue gebaut. So war's schon wieder? Ja, ja. Aber die sieht echt mega nice aus. Da ist ein riesiger Redwood. Der soll sich mal entscheiden, Alter. Nee, er will, glaube ich, mehrere Karten einfach raushauen, ne? Das ist so ein bisschen unterschiedliche... Also könnte die V3 auch mal kommen. Wahrscheinlich. Aber hier gab's doch auch einen Redwood, ne? Ist der hier noch drauf? Ich weiß es nicht. Ja, hier ist der Redwood. Ich bin beim Redwood. Ich sehe gerade die fetten Bäume da oben stehen. Dann weiß ich, wo ich bin. Da ist der Center Lake, glaube ich, in der Nähe. Ich bin irgendwo... Oh, ich gehe in den Redwood. ...mitten im Falt. Ich bin bei den großen Bergen, Mannen. Muss ich hierhin malen? Keine Ahnung. Oh! Ach du Scheiße. Mal sniffen? Jawoll! Care Bearing ist wieder angesagt bei mir hier. Ja, gut. Achso, wir spielen übrigens gerade auf Dev 4, war das, ne? Ja, ich wurde gesehen und bin tot. Gleich, pass auf. Nein! Versuch dich mal zu verteidigen. Gib Gas! Bring sie alle um! Bring sie um! Ach, die Klappe, Alter. Du musst sie alle töten. Du musst sie alle töten. Ach ja, Leute. Ich sehe eure Kommentare auch unter den Jurassic Park Videos. Also so ist es nicht, ne? Was? Oh, wie hoch ist denn das Gras hier? Ja, ne? Ach, schön. Oh, das Glas, äh, Glas? Ja, das Gras! Glitzert so schön. Ja, ja, ich bin gleich wieder los. Weißt du, was bei mir gerade los ist? Am See bei mir? Da sind Gigas, da sind Trikes, Ceratus. Kriegste sind da? Trieke. Krieg ist alles zusammen, Alter. Bei mir hängt wieder alles zusammen auf den Haufen. Alter, was los ist? Ja, wie gesagt, wenn wir nachher wieder streamen, dann machen wir wieder schön... Oh, ich hab... Achso, das sind alles meine Spuren. Dann machen wir wieder schön, äh, RP. Hast dich schon gefreut? Ja, ja. Ich hör die ganze Zeit hier irgendwas schreien. Ich bin bei einem See und ich hör'n Dilo. Und wenn ich den finde, dann töd ich den. Aber du kannst die Nacht sich jetzt sogar am Tage anmachen. Das sieht überhaupt nicht scheiße aus. Das blendet nicht mehr. Es aussieht so gut aus. Geht dir gerade einer ab, oder was? Ja, es sieht einfach gut aus. Er hat's mal wieder geschafft. Vor allen Dingen, die V3 so performant hinzukriegen. Oh, das ist ein Meier. Weil die ja so buggy lief. Ja, weißt du, aus einem... Was erzähl? Weißt du, wo wir gespielt haben. Ja, genau. Wo die so, ähm... Da war die im Arsch, ja. Ich weiß, wahrscheinlich falle ich jetzt gleich in ein Grafikloch und, äh, mein Rechner brennt ab. Oh, der putzige Augen. Ist die AI denn hier wenigstens aktiv? Das wäre sehr toll. Das weiß ich nicht. Aber die AI, äh, funktioniert sehr gut. Also, wenn man selber was hostet und das dann, äh, das läuft echt gut. Die kannst du erschnüffeln, die... Ich bin tot. Ist schon wieder viel zu offen, ne? Immer denn? I'm dead! Nein! Haha! Ich bin so easy! Ab! Du Arschloch! Nein, ich bin tot. Mich hat ein erwachsener Giger gekillt und frisst mich nicht mal. Ja gut, das kennen wir ja, das Spielchen. Doch, er isst mich. Ich dachte schon. Ja, okay, okay, er isst, er isst. Ich bin beim Redwood jetzt. Ich weiß... Oh, die Laufur höre ich? Ähm, ich bin im Redwood, Madden. Ich lade dich ein. Ja, ich sehe den Redwood vor mir. Du müsstest... Ich bin drin, ich bin einfach so drin im Redwood. Du bist garantiert in der Nähe jetzt von mir. Ihr könnt das hier lesen. The Isle of Vickery, der Vier. Nicht, dass wir die Leute sagen, ich finde den Zürb nicht. Ich habe dich eingeladen, Mann. Ja, ich habe angenommen. Ich schreibe mal. Ich sehe dich, ich sehe dich. Du bist direkt vor mir. Oh, scheiße. Ich sehe deinen Namen aber nicht. Ich will jetzt... Oh, der Redwood sieht gut aus, Madden. Der ist sexy. Ich bleibe jetzt nur noch im Redwood. Lass mal im Redwood bleiben. Hier sind wir sicher. Ja, um mich rum ist er tot. Oh, wenn jetzt noch hier AI wäre, ne? Der Redwood ist sexy, Madden. Der ist richtig sexy. Ich bin auf dem Weg. Grissel, die Bäume bei dir auch so in der Entfernung? Nö. Wenn du drin bist, ist alles okay. Nee, ich meine jetzt hier auf der normalen Karte. Die Bäume als wenn... Nö. Da läuft was nicht sauber. Komm, ich komm, ich komm. Komm zu mir. Komm zu mir. Ey, Wanne, Stick, mhm, 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 was? Oh, das ist krass. Das ist aber neu, dass das so glänzt, ne? Ja. Der Redwood ist sexy. Ja, ein bisschen fizzeln die, so wenn du dich bewegst, die Bäume, ne? Ja, da hat er wieder ein bisschen was verkackt. Das sind, glaube ich, die Minischatten drauf, kann das sein? Ja, irgendwie irgendwas ist da ein bisschen verkackt gerade. Aber ist nicht schlimm. Wo bist du mal denn? Ich laufe auf dich. Hier unten ist ein See. Shit. Ja, ich weiß nicht, ich will dir jetzt gar nicht schreien irgendwie. Der Schatten ist auch wieder viel zu schwarz, finde ich. Ja, ja, du bist direkt vor mir hier. Oh, ich seh dich. Ich seh deinen Namen jetzt schon so. Alter, wie groß ist denn dein... Warte, das muss ich jetzt mal umstellen hier. Gruppenavatare ausstellen, ja. Viel so ein bisschen die Kantenglättung fällt mir gerade so auf. Hast du gerade geschrien, Martin? Ja, ne? Ja, ja. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh ho. Igas direkt voraus. Oh nein, die sniffeln! Oh, ich muss weg, ich muss weg. Lauf, lauf, du fettes Vieh. Der ist nicht so schnell in einem Giga-Gant zu mir entkommen, Martin. Oh, die sniffeln alle. Die sniffeln nur noch die Leute. Alle nur noch Drogen. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Mich würde mal interessieren, wie lange die Spuren bleiben. Die könnten mich ja nicht ersniffeln, weil ich noch nicht in der Nähe bin. Also könnten die meine Fußspuren ja gar nicht sehen. Ich muss einen Umweg laufen. Die jagen hier gerade auf offenem Feld. Ich gucke mal, ob meine Kantenglättung irgendwie aus ist. Ich muss das mal schnell checken. Weiß ich nicht. Ah, Settings. So, was haben wir hier? Graphics. Graphics? Ja, ist auf High. Wie sich das gehört, okay. Was haben wir denn jetzt eigentlich schon? Ja, der hat so ein... Irgendwie hat die Map gerade so einen ganz kleinen Nebel geführt, ne? Die glitzert auch sehr viel. Hat der irgendwas da unten umgestellt, wa? Ja, er probiert halt noch viel rum. Wie gesagt, Gamma finde ich wieder zu... Krass. Ja, viel zu doll. Das Gamma finde ich zu doll. Der Schatten ist zu schwarz. Aber da habe ich letztes Mal, habe ich ihm zugeguckt, wie er das bearbeitet hat. Da ist er sich auch nicht immer so ganz einig. Weil das nur heller macht, dunkler macht. Aber ist okay. Oh ja, da unten sind die Gigas, die sind am Jagen. Ich kann die von meiner Position aus sehen. Ende. Äh, ich sehe dich. Weißt du schon das vom... Die Lofo, dieses... Ja. Oh, wunderschön. Oh, die hängen da... Alter Schwede. Oh, da sind... Oh, die killen Rex gerade. Vielleicht kriegen wir ein bisschen was ab, weil... Oh, da ist ein Kano. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hier liegt ein großer Essenshaufen. Ja, mir fehlt Wasser nur. Wie sieht es bei dir aus? Ich brauche beides einfach. Ich habe noch viertel Wasser ungefähr und halb... Halb... Leben hier. Halb Nahrung. Oh, oh. Oh, 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 das ist ein kleiner. Das ist ein kleiner, den kill ich, wenn er mir zu nahe. Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Er rennt weg. Nee, er kommt. Martin, was machst du denn? Warum weißt du denn? Bist du doof? Mann. Du machst ja jetzt killt er dich ins Bett, Alter. Ja, ich weiß. Tschüss, Martin. Ich dachte, er will mich angreifen. Ich gehe zum Essen unten, ne, Martin? Nein, 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 nein. Ich wollte das nicht, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Bleib ruhig, mein Freund. Bleib ruhig, alles gut. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja. Ich dachte, er wäre noch ein kleiner. Ja, sicher. Er hängt fest, nein, er läuft mir hinterher. Aber eigentlich könntest du den locker killen, weil er einen Wenderadus hat wie ein... Ja, deshalb kriegt er mich auch nicht. Oh, er rennt auf dich zu, er rennt auf dich zu. Oh nein, ich hänge fest, ich hänge fest. Scheiße. Oh, ich bin frei. Oh Gott. Greift er dich an? Nö. Aber er hat einen Wenderadus wie ein... Ja, ja, da entkommst du, da entkommst du. Er kann nicht schnell sprinten, er kann sich nur um den Stand schnell drehen. Eigentlich könnten wir den echt zerstören. Ich glaube nicht, ey, wir haben ja nicht mal... Was hat er denn für ein Problem, Alter? Hau doch einfach mal ab, Junge. Er kriegt uns nicht, er kriegt uns einfach nicht. Weil er viel... Der Wenderadius ist voll verkackt beim Kano. Da seht ihr das wieder, Leute, und er snifft. Ich finde, das ganze Model ist verkackt. Ja, finde ich auch. Sorry, also wenn jetzt... Ist nicht böse gemeint, aber ich finde die Hörner einfach zu lang und so. Das sieht komisch aus. Er kriegt doch gar nicht an, ne? Aber er versucht immer wieder. Macht er denn? Teggiger, komm, lauf mal den. Lauf mal den, lauf. Ich hab keine Stamina mehr, ich hab keine Stamina... Ich bin gleich tot. Oh, der Redwood sieht gut aus. Oh, limoli, sieht ja geil aus. Ich hab keine Stamina mehr, ich kann nicht mehr weglaufen. Nein, nein. Boah, sieht das gut aus. Ja. Oh, auch viel mehr Büsche und alles, ne? Mal den, lauf. Ich bin eh tot. Ich versteck mich jetzt in den Büsch. Ja, der erschnüffelt dich doch sowieso. Nein. Macht er nicht. Oh nein, der kommt. Wer? Der Giga geht weg. Oh, Alter. Alter, wie viele Büsche sind denn jetzt hier im Redwood? Ich hasse diese Map. Wow. Ich hasse die Leute auf dieser Map. Ich hasse diesen Server. Aber das ist krass, dass der... Boah, der sehr dämliche Kano, ey. Hau ab jetzt. Ja, dass der nicht angreift, finde ich. Beeindruckend, weil er keine Chance hat. Also er kann uns einfach nicht schnappen, das ist das Ding. Und hier ist kein Altturn. Ach, hier ist kein Altturn? Nein. Doch. Scheiße. Ja, aber er hat den Wenderadius... Der ist immer noch hinter dir, der Penner. Ja. Also, mich kriegt er so nicht. Ich verteidige mich dann. Oh, Alter. Was soll das denn? Ich bin überall offline. Das kann keiner sehen. Oh, guck mal, wie elegant. Wie elegant. Seine dicken Waden. Ja, das ist so hässlich, das Molle. Football-Kano. Hast du das gehört? Er kommt, er kommt. Oh, ich hoffe nicht, wird er gleich gekillt von dem Giga, der hier ist. Weißt du? Du brauchst nur einen engen Kreis rennen, dann kriegt er die schon nicht mehr. Gut, außer er benutzt den Altturn. Oh, er geht weg? Nee, nee, er kommt. Er verfolgt uns die ganze Zeit. Er ist doch wohin aus. Jetzt ist er weg. Oh, ich hänge an einem Stein fest. Ja, ich auch gerade. Oh, das ist schön. Das ist wirklich schön. Wenn jetzt keine AI hier ist, so müsste die komplette Map sein. aussehen, weißt du? Ja, so sieht die neue Karte ja aus. Da ist 90% Redwood. So, genau in diesem Stil jetzt. Und dazwischen noch so riesige Weidenflächen. Und das ist geil. Genau, genau. So ist das auch geplant. Und so muss das Spiel sein. Mit Fahnenbüschen und sowas. Nicht so bunte Blumen oder so. So ist es geil. Ja, finde ich auch mega. Aber wir wachsen übelst langsam, ne? Hm. Aber die, die ist... Ja, ich habe gerade den Kopf in deinem Arsch gehabt und gesnifft, Alter. Was? Ich geworben. Hm, weil... Das machst du gerne, ne? Ist ja ekelhaft, Alter. Aber die Animation ist wirklich sehr gut geworden. Ja. Ja, musst du bei den ganzen anderen Dinos auch noch machen, ne? Der Akkukanto kann doch nicht schnüffeln und so. Ja, alle Dinos, die jetzt im Survival sind, können schnüffeln, ne? Ja. Da müssen noch ein paar mehr rein. Aber ich finde die... Ich glaube, als nächstes soll ja der Spino kommen, ne? Oh, was? Ja. Spino im Survival? Ja, klar. Baby Spino? Mega, Alter. Mega. Irgendwie war das so, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Auch hier die, die Ambientgeräusche hier im Wald. Boah. Der haut ja jetzt alle Dinos, ne? Hast du gesehen, wie schnell der die raushaut? Ja, aber er macht's gut. Er streamt doch gerade, ne? Also heute. Ja, aber auch nicht... Er arbeitest nicht, sondern spielt den Müll. Hast du gehört? Ja, hinter uns. Das war ein kleiner, äh, Diloppo. Wow. Oder ein Raptor? Weiß ich nicht. Voll geil. Komm, lass uns mal irgendwas erbeuten jetzt. Diffel gerade, ist Diffel gerade? Oh, hinter uns. Und hinter, das sind da unsere Fußsprung, glaube ich, ne? Ja. Vor uns ist der, glaube ich, irgendwo. Du hast das... Oh, die Geräusche. Oh, hörst du, wie die Bäume knacken? Ja, geil. Hast du das gehört? Ja, Mann. Mega geil. Alter, der, die, das Ambiente ist wirklich Hammer gerade. Ich bleib jetzt nur noch im Redwood. Ich geh hier nicht mehr weg, Mann. Auch, auch der, äh, der Hall. Ja. Es ist, ich bin echt gerade geflasht. Weißt du das? Das war ein Grad. Oh, nein. Aber ich meine dieses... Ja, ja. Wow. Cool. Nice. Ich habe gerade einen neuen Hype, muss ich sagen, Leute. Krieg ich gerade... Ja. Oh. Wie die Bäume knacken, mega, Mann. Aber du kannst in der Hocke nicht sniffeln, ist mir mal gerade aufgefallen. Ja. Hier scheint nichts der Nähe zu sein. Wir werden... Oh, ich verdurste gleich, bin gleich tot. Hier muss irgendwo Wasser sein im Redwood, sonst bin ich gleich Geschichte. Ist auch. Oh, geil. Oh, geil. So muss... Oh, hörst du die Geräusche? Das ist so geil. Ich genieße gerade echt den Sound, muss ich ehrlich so sagen. Auch wenn ich jetzt gleich verdurste, ist mir egal. Aber ich genieße gerade den Sound. Übelst geil. Der Rest der Karte ist gefühlt langweilig. Der Rittwut ist das Geilste. Ja. Der ist ja komplett überarbeitet. Überarbeitet, komplett. Hörst du die ganzen Geräusche? Auch wenn hier keine echten Dinos sind, aber dieses Abente, dass du in der Ferne halt so einen Sauropoden schreien hörst. Und mega geil einfach nur. Ja. Und dann die Uhrzeitvögel. Geil. Und wie es weitergeht, sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn du das Video gefallen hast, lasst ein Däubchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja Martin und der Chris. Tschüss.